Jim, geht's dir gut? Hast du was? Warum fragst du? Weil ich's dir ansehe. Naja, das Open, Probleme mit Jam und Ramiro. Könnt ihr euch wegen des Auftritts nicht einigen? Eigentlich ist das Problem was anderes. Was denn? Du kannst es mir anvertrauen. Was riecht denn hier so komisch? Oh je, mein Essen. Bin gleich zurück. Es wär fast alles angebrannt. Rettung in letzter Minute. Jetzt bin ich ganz ohr und helft dir, eine Lösung zu finden. Jetzt gleich? Ja. Nein, lieber wann anders. Nein, jetzt. Aber du erwartest doch Besuch. Wer ist es? Matthäus' Cousine? Nein, eine andere. Du hast auf meinen Rat mit dem romantischen Essen gehört. Das wird dir sicher sehr gut gefallen. Ja, das hoffe ich. Gefällt es dir? Ja, ich find's toll. Die Kerzen, die Blumen, das Ambiente, alles. Wirklich schön. Also ich geh dann jetzt. Ich will nicht stören. Nein, Jim. Bleib doch. Du bist das Mädchen, auf das ich warte. Willst du mit mir essen?